Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blog Trainer. Heute geht es um Inflation und wie Bitcoin euch vor Inflation schützt. Viel Spaß beim Video. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt, dass jetzt eine Inflation in Deutschland von 4,1% herrscht. Und ich habe natürlich diesen Artikel gewählt, denn die Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht von zwei Angestellten der Europäischen Zentralbank, die Bitcoin als Narrengeld bezeichnet haben. Und ich möchte euch heute zeigen, warum unser Euro das eigentliche Narrengeld ist und wie Bitcoin euch davor schützen kann. Bevor wir weiter in die aktuelle Inflation und die Lösung durch Bitcoin einsteigen, müssen wir uns erstmal über die Definition der Inflation klar werden. Denn hier wurde in den letzten Jahren einiges verändert. Früher war nämlich die Geldmenge, die im Umlauf ist, gleich Inflation. Ist ja klar, wenn mehr Geld im Umlauf ist, ist das Geld, was ihr gespart habt, weniger wert. Ganz einfach. Da man dann aber so ein bisschen was verändert hat und gesagt hat, naja, nur weil das Geld im Umlauf ist, müssen nicht zeitgleich auch die Preise steigen, machen wir jetzt einfach einen Warenkorb, wo wir die ganzen Güter und Dienstleistungen reinpacken und dann schauen wir jedes Jahr, Hey, alle zusammen, wie viel sind die teurer geworden? Und wenn die um, ich sag mal, 2% teurer geworden sind, haben wir unser Inflationsziel von 2% erreicht. Übrigens, nach 15 Jahren bedeutet das, dass ihr mindestens 30% eurer Kaufkraft verloren habt, wenn ihr euer Geld über 15 Jahre gespart habt. Das ist ganz schön viel. Das ist so, wie wenn ihr über 15 Jahre hinweg 30% eures Geldes einfach abgegeben hättet. Also selbst 2% Inflationsziel sind eigentlich eine Zumutung für jeden Menschen und ein Raub an seinem gesparten Geld. Viel wichtiger aber die Definition des Warenkorbes, denn hier wird natürlich auch nicht komplett alles reingepackt, sondern immer nur die Dinge, die gerade nach der Europäischen Zentralbank wirklich die Güter sind, die wir uns im Alltag so leisten wollen und können. Und hier fallen auch ganz häufig Güter wieder raus, die eben diesem Inflationsziel komplett entgegensetzen oder die Zahl dieser Inflation, die dort bemessen wird, komplett aus dem Ruder reißen würden. Dadurch sind Immobilien, Rohstoffe oder Aktien entweder gar nicht oder nur teilweise im Warenkorb vorhanden, um natürlich diesem Inflationsziel nicht so sehr entgegenzuwirken. Das heißt, in irgendeiner Form ist die reale Geldentwertung viel, viel höher als die angegebene Inflation. Und daher können wir diesen Begriff Inflation fast gar nicht mehr wirklich für die Geldentwertung nehmen. Es sei denn, dass selbst dieses versuchte Ziel von 2% der Zentralbank massiv aus den Fingern gleitet und dieses ganze Narrativ von, hey, nur weil wir Kredite aus dem Nichts erzeugen und Geld auf den Markt schmeißen, heißt das nicht, dass wir Geld gedruckt haben. Und doch, genau das ist nämlich, worum es hier geht. Die Geldmenge wird aufgebläht. Ob es dadurch passiert, dass die Zentralbank Kredite erschafft und damit die Staatsanleihen kauft oder dem Staat in anderer Form Geld zur Verfügung stellt, was eher großen Unternehmen zur Unterstützung bietet oder den Lobbyismus damit fördert, das ist völlig egal an dieser Stelle. Wichtig ist, die Geldmenge wird ausgeweitet und die Geldmenge hängt zwangsläufig früher oder später mit der Inflation zusammen. Das ist natürlich ein Prozess, der eine Weile braucht. Das neu erschaffene Geld muss natürlich erstmal im Umlauf erscheinen. Aber nichtsdestotrotz ist das genau, was wir sehen. So schreibt sogar Focus Money mittlerweile, dass Gemüse zu einem Luxusgut werden könnte und dass die Inflation gerade dazu führt, dass die ärmeren Menschen darunter zu leiden haben. Und das liegt auch ganz einfach daran, dass die Menschen, die schon eher wohlhabend sind, ihr Geld genau in den Anlageklassen haben, wie Immobilien und Rohstoffen, wo sowieso die Inflation, also das neue Geld hinfließt und was sowieso dementsprechend im Wert massiv steigt. Aber gerade die Menschen, die an der unteren Kette stehen, die, die ganz normal arbeiten gehen, die ganz normal Bürger sind, die ihren Lohn jedes Jahr um 2% erhöht bekommen als Inflationsausgleich, natürlich sich vielleicht die Güter holen können, die 2% teurer geworden sind, aber alles andere, was wie Immobilien diesem Rahmen komplett wegrennt, einfach nicht mehr bezahlen können. Das bedeutet im Endeffekt, der Durchschnittsbürger hat immer weniger Chance, Häuser zu bauen, am Aktienmarkt teilzunehmen und generell Geld zu sparen, weil das Geld so pausenlos entwertet, dass es immer los wird. Und auch über die Zusammensetzung des Warenkorbs muss hier gestritten werden, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Das heißt, im Endeffekt können wir uns mal anschauen, hier sehen wir nämlich ganz klar, dass diverse Lebensmittel, aber auch andere Dinge, die im Warenkorb vorhanden sind, sogar massiv den Rahmen sprengen. Beispielsweise ist das Heizöl um 78,5% gestiegen im Preis, also ist teurer geworden und der Preis für Benzin um ganze 28,4%. Und das sind natürlich unfassbare Preiserhöhungen, die auch fernab von diesen 2% Inflationsziel liegen oder geschweige denn den angegebenen 4,1%, die gerade über den gesamten Warenkorb dort drinstehen. Das heißt, manche Gruppen, die auf ganz gewisse Güter angewiesen sind, die leiden sogar noch mehr wie manche andere, die eben vielleicht nur von den Lebensmitteln und den Gütern und Dienstleistungen leben, die jetzt wirklich kaum teurer geworden sind. Und wobei wir auch da mal abwarten müssen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Denn wie gesagt, häufig werden diese Güter im Warenkorb einfach dahingehend verändert oder ausgetauscht, damit es immer noch nach diesem 2% Inflationsziel aussieht. Und das ist alles ein Riesenproblem. Und wir schauen uns jetzt mal an, diese 2% Inflation, die wir dort natürlich in irgendeiner Form jetzt massiv sprengen, selbst mit den 4,1%, die hier angegeben sind, müssen wir im Verhältnis mal zur Währungsvermehrung anschauen. Und hier schauen wir uns mal die letzten 5 Jahre der Eurozone an. Da sehen wir hier, wir sind bei etwa 14 Billionen Euro angekommen. Wir waren 2020 bei knapp über 12 Billionen Euro. Diese Mengenausweitung hier ist gravierend. Das ist einfach so viel Geld, dass wir in einem Jahr über 15% neues Geld erschaffen haben, was eine massive Menge ist, was auf ein Jahr gesehen schon massiv ist, ein gewaltiger Raub an allen Sparern ist. Und wenn wir das einfach mal auf 25 Jahre oder auf die maximale Zeit, seitdem wir die Geldmenge in der Eurozone ermessen, ausweiten, dann sehen wir hier ganz gravierend, dass gerade in diesen Phasen, wo es immer mal schwieriger wird, wie hier in der Corona-Krise, massiv neues Geld erzeugt wird. Und unsere Zentralbanken uns versuchen zu suggerieren, hey, das hat aber alles nichts mit der Inflation zu tun. Geldmengenausweitung heißt nicht, dass deswegen die Preise steigen. Gibt ja auch keinen Zusammenhang zwischen Kaufmitteln, der Entwertung des Kaufmittels und den Gütern, die ich dafür bekomme. Damit kommen wir zu einem weiteren Thema, denn der Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve Banken der USA, das sind die Zentralbanken, der hat jetzt über Inflation gesprochen und dass diese Inflation nichts mit der Geldmengenausweitung, mit dieser expansiven Geldpolitik der Zentralbanken zu tun hat, sondern ganz einfach nur wegen der Lieferengpässe in den Transportrouten. Und dass das wahrscheinlich ab nächstem Jahr wieder rückläufig sein wird. Das heißt, hier wird auch wieder verteidigt, dass die expansive Geldpolitik nichts mit der Inflation zu tun hat, dass es da gar keinen Zusammenhang gibt. Dem widerspreche ich vehement. Und auch wenn es nächstes Jahr vielleicht eine kurzfristige Besserung gibt, sehe ich, dass selbst eine Inflation von 2% ein massiver Raub an unserer geleisteten Arbeitszeit ist, weil man uns natürlich die Kaufkraft unseres Geldes klaut. Wie viel das ist, kann man in unserem Inflationsrechner mal ausrechnen. Bei den 4,1%, wo wir aktuell sind, und bei 5.000 Euro, die wir gesperrt haben, würde es nach 15 Jahren bedeuten, dass diese 5.000 Euro nur noch 2.700 Euro Gegenwert haben. Also da hätte man auf 15 Jahre gesehen uns fast die Hälfte unseres Geldes geklaut. Oder eher gesagt, des Geldwertes geklaut. Und selbst bei 2%, wie gesagt, das können wir ja auch mal direkt eingeben, ist diese Zahl immens. Da sind wir bei 3.700 Euro Gegenwert, die unsere 5.000 Euro noch haben. Also wer versucht, auf eventuell etwas hinzusparen, der wird bestraft. Macht man Schulden, dann entwerten diese genauso. Schulden machen wird belohnt. Überkonsum und Überfluss wird belohnt, weil dadurch wird Wachstum in der Wirtschaft suggeriert. Und jetzt kommen wir auf Bitcoin und die große Gefahr, die natürlich für die Zentralbanken jetzt dem gegenübersteht. Denn wir haben jetzt ein sehr begrenztes Gut. Nicht nur ein bisschen sehr begrenzt, sondern komplett begrenzt. Bitcoin ist begrenzt auf maximal 21 Millionen Stück. Und das ist ein Fixum, das kein anderes Gut in digitaler Form beweisen kann. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viel Gold gibt es wirklich auf der Welt, wie viel Gold liegt in den einzelnen Zentralbanken, in den Kellern dieser Banken. Wir wissen auch nicht, wie viele Diamanten es dort gibt oder ob wir an diese Rohstoffe in irgendeiner Form in Zukunft auch mal in größeren Mengen kommen und ob wir diese Rohstoffe überhaupt in diesen Mengen brauchen, wie sie gerade verfügbar sind. Mit anderen Worten, wir können digital nicht ermitteln, wie der Goldpreis ist. Der heute gehandelte Goldpreis ist danach definiert, dass irgendeine Bank sagt, hey, hier gibt es ein Zertifikat. Und das habe ich ausgestellt, weil ich habe dafür Gold in meinem Keller liegen. Bedeutet in der anderen Form, wir müssen jetzt der Bank vertrauen, dass sie wirklich dieses Gold in dieser Menge besitzt, wie sie Zertifikate verkauft hat. Und da diese Menge der Zertifikaten genauso inflationieren kann wie unser Geld, bedeutet das im Umkehrschluss nichts anderes, dass unter Umständen die Goldmenge, die es global gibt, deutlich geringer ist als die Menge, die gehandelt ist. Und damit ist natürlich das Bild von Angebot und Nachfrage mit dem Zug auf Gold komplett verzehrt. Und dieses Problem ist genau das Problem, welches Bitcoin gelöst hat. Denn Bitcoin wird geschürft, genauso wie Gold, aber von vornherein digital. Das heißt, man hat einen digitalen Beweis, dass Bitcoin so selten ist, wie er ist und dass dahinter einen Arbeitsnachweis gestanden hat. Dass es eben kein Geld ist, was einfach aus dem Nichts gedruckt werden konnte. Bitcoin ist das einzige Netzwerk, was das wirklich dezentral kann, also einen wirklichen dezentralen Beweis, ohne dass es eine zentrale Steuereinheit gibt. Und damit ist Bitcoin auch das einzige Gut, was wir wirklich digital selten nachweisen können und wo wir einen digitalen Handel ermöglichen, der tatsächlich den realen Gegenwert von Bitcoin widerspiegelt, weil wir ein real seltenes Gut hierbei handeln. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das kann für diese Zentralbanken und ihr Geld, also Euro, Dollar, Yen und so weiter, sehr gefährlich werden. Nicht zuletzt sehen wir deswegen auch Verbote in der Türkei oder in China, die zumindest in irgendeiner Form noch den Kauf und Verkauf von Bitcoin erlauben, aber auf gar keinen Fall Bitcoin als Geld klassifiziert sehen wollen und das unter Strafe stellen, wenn man Bitcoin als Zahlungsmittel verwendet. Ja, und warum ist das so gefährlich? Naja, ganz klar, weil jeder Mensch ist jetzt in der Lage, sich frei zu entscheiden, ich kaufe Bitcoin und verkaufe dafür Dollar, Euro, Yen oder welche Währung auch immer. Diese Währungen, die verkauft werden, kommen in Umlauf und je schneller diese Währungen in den Umlauf gelangen, desto schneller entwerten diese. Also hat man eine massive Geldentwertung und das könnte einen anfeuernden Prozess sein, weil immer mehr Menschen das erkennen und sagen, ich will Dollar nicht mehr haben, ich will keinen Dollar mehr sparen. Auch als Unternehmen kann das sein, dass immer mehr Unternehmen wie MicroStrategy sagen, hey, wir wollen keinen Dollar mehr, wenn wir Dollarreserven haben, möchten wir sie lieber in Bitcoin tauschen. Dadurch wird der Bitcoin-Bestand, der öffentlich handelbar ist, immer weiter verknappt. Der Dollar-Bestand wird immer größer, weil natürlich irgendwer Bitcoin an diese Leute verkauft für Dollar und diese Dollarmenge kommt in den Umlauf. Das heißt, die Inflation, die Preisinflation würde ganz schnell angefeuert werden, während Bitcoin immer weiter im Wert steigt. Das würde in so einer Art spekulativen Attacke gegen die globalen Währungen enden, hätte aber zur Folge, dass alle Leute, die auf Bitcoin setzen, davon immens profitieren. Und da Bitcoin das einzig wirklich digitale begrenzte Gut ist und digital nachweisbare Gut überhaupt ist, ist Bitcoin dementsprechend für alles andere, was über die Zeit in der Menge ausgedehnt wird. Und das sind Wohnräume, das ist Gold, das ist jeder Rohstoff. Wir fördern diese Rohstoffe, es kommt davon immer mehr zu Tage und nur ein einziges Gut ist wirklich begrenzt und das ist Bitcoin. Das heißt, Bitcoin macht eigentlich diese globale Inflation von allen Gütern, nicht nur unseren Währungen, sichtbar und steigt dementsprechend an, weil es begrenzt ist. Das ist die Power von Bitcoin und das ist genau das, was dieser Inflation so massiv gegenübersteht. Ja, und jetzt ist natürlich die große Gefahr, dass Länder wie die USA sagen, hey, auch für unsere Währung könnte langfristig gesehen Bitcoin durchaus gefährlich werden. Nicht nur für kleine Währungen, die vielleicht viel schneller unter diesem Effekt leiden, sondern auch für so große Währungen wie der Eurozone, also dem ganzen Euroraum oder der Dollarzone und dem Dollarraum könnte das passieren. Und da wurde der Jerome Powell gefragt in einem Interview, hey, wollt ihr Bitcoin verbieten, gerade weil das Thema jetzt so heiß gekocht wird neben der Türkei und China. Und da hat er ganz klar gesagt, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir möchten weder Stablecoins noch Bitcoin verbieten. Eigentlich geht es darum, regulatorischen Rahmen zu schaffen, indem man diese weiterhin kaufen kann. Und dadurch gibt es eigentlich nur eine mögliche Folge, einen Ausgang. Denn wenn Bitcoin nichtsdestotrotz als spekulative Attacke gegen jede große Währung genutzt werden kann, dann muss man auf irgendeine Weise sich dagegen trotzdem schützen können. Und die einzige Chance, die ein Land hätte, dieser eigenen Geldentwertung und der Aufwertung des Preises vom Bitcoin entgegenzuwirken, ist der Kauf des jeweiligen Großstoffes in dieser Form Bitcoin. Das heißt, wenn die USA kein Riegel vor den Kauf von Bitcoin setzt, wird sie früher oder später gezwungen sein, große Mengen an Bitcoin erst mal zu kaufen und im richtigen Moment unter Umständen wieder auf den Markt zu schmeißen, um ein wenig diesen Druck, diesem, hey, die Leute verkaufen ihre Dollar für Bitcoin entgegenzuwirken und zu sagen, hey, wir kaufen vom Markt ganz viele Dollar zurück und schmeißen unsere Bitcoin auf den Markt. Ja, und damit sie das können, müssen sie große Mengen an Bitcoin halten. Und übrigens an der Stelle, das ist nämlich genau der Grund, warum die Zentralbanken derartig große Mengen an Gold halten, weil so eine spekulative Attacke ebenfalls mit Gold theoretisch möglich ist. Und das ist genau der Grund, warum hier tausende Tonnen an Gold von diversen Ländern gehalten werden, um ihre eigenen Währungen zu schützen und gegen genau so eine Attacke wehren zu können. George Soros hat diese Attacke damals gegen den britischen Fund gefahren mit Gold und hatte aber einen großen Nachteil und den hat Gold im Allgemeinen. Gold funktioniert digital nicht als Geld. Ganz einfach. Und weil Gold nicht als Geld funktioniert, kann man mit Gold nicht so viel anfangen. Das heißt, ich kann so eine spekulative Attacke machen und kann danach auch mehr Dollar bekommen, weil ich natürlich durch das Kaufen von Gold den Preis der Dollar so massiv entwerte, dass ich für mein Gold auf einmal viel mehr Dollar zurückbekomme und mich natürlich dann im Dollar-Gegenwert bereichere. Aber das hätte zur Folge, dass man dann ja immer wieder zurück in den Dollar geht und damit die Währung langfristig trotzdem schützt. Man bereichert sich, aber schützt auch trotzdem die Währung. Man will ja diese Währung haben. Bei Bitcoin ist das anders. Und El Salvador beweist das. El Salvador zeigt, Bitcoin kann als Geld funktionieren. Und das würde bedeuten, wir können uns viel, viel, viel Bitcoin kaufen von unserem inflationierenden Dollar oder Euro und wir müssen nie wieder zurück, weil wir haben ein neues Geld. Ein Geld, was in vielen Ländern dieser Welt akzeptiert wird und funktioniert. Und das ist die große Gefahr. Das ist die Gefahr, die für die Zentralbanken, für das Zentralbankengeld, das Fiat-Geld, was keiner Deckung unterliegt, besteht. Und deswegen, um hier nochmal zurückzukommen zu Jerome Powell, er ist mehr oder weniger damit, mit dieser Aussage, jetzt in diese Richtung gegangen, zu sagen, hey, wir wollen Bitcoin nicht verbieten und das lässt nur einen Ausgang zu. Früher oder später muss die USA, wenn Bitcoin noch größer wird und wenn noch mehr Unternehmen wie MicroStrategy hingehen und derartige Mengen Bitcoin für Dollar-Schulden, also für Kredite kaufen, dann werden sie früher oder später gezwungen sein, in irgendeiner Form sich auch Bitcoin auf ihr Balance-Sheet zu legen. Ähnlich, wie wir es mit Gold sehen. Und ich glaube, das würde den Effekt rund um Bitcoin nochmal massiv anfeuern. Ja, und genau so kann man sich vor diesen, ja, dünnen Währungen, diesen Währungen, die auf Luft erzeugt wurden, Fiat-Währungen, also Euro, Dollar, Yen, schützen, indem man die härteste Währung, das härteste Geld der Welt für sich entdeckt und für sich nutzt. Das ist natürlich keine Finanzberatung, das muss jeder für sich selber wissen, aber so sieht die Thematik aus und deswegen müssen wir uns an dieser Stelle fragen, welches Geld ist tatsächlich das Geld der Narren? Das härteste Geld der Welt, das seltenste Geld der Welt oder das Geld, was auf dünner Luft basiert, wo zentrale Instanzen die Geldmenge pausenlos ausweiten und ihren Buddies in der Lobby, Wirtschaft, Industrie dieses Geld zukommen lassen. Das fördert diesen Cantillon-Effekt, wodurch die normalen Bürger enteignet werden und die Reichen immer reicher werden. Ja und zu guter Letzt interessiert mich vor allem eure Meinung, schreibt sie unten in die Kommentare, lasst ein Like für das Video da, wenn euch der Inhalt gefallen hat und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und drückt die kleine Glocke, dann werdet ihr informiert. Das war's mit dem Video, schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020